Ja, so wie versprochen bin ich sofort wieder da und wir machen uns jetzt wahrscheinlich zum Letzten auf, hoffe ich, zu unserer letzten Reise. Vielleicht werden wir jetzt auch Rubik fertig machen. Und da wird jemand vermisst, jeder. Vermisstes Mädchen. Kurze braune Haare, braune Augen, hört auf den Spitznamen. Das könnte Kidman sein. Ähm, wir wissen aber gerade nicht, wer das ist. Ähm, kurz gespeichert. Oder es könnte auch Mira sein. Oh, da liegt ein Tagebuch. Internes Gesprächsprotokoll. 13 Amjetzt 2013. Ermittler PHI. Sie wissen, warum Sie hier sind? Weil Sie Ihren Job nicht machen. Achso. Also zwischen dem Ermittler und uns. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterung und psychischer Gewalt. Psychischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig. Sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht der Einzigen. Was soll das heißen? Beschaffen Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug raus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr. Aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Ruvik? Verstand verhörbar? 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 Okay, unser kleiner Lenny. Wie ich ihn so gerne liebevoll nenne. Verstand verhörbar? Verstand verhörbar? Verstand verhörbar? Wieder 10.000 Hirnsaft, aber ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, die zu verwenden. Verstand verhörbar? 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 hier lang wo will er uns hinführen bitte Leslie klär uns auf also nicht das Ding mit den Bienen und den Blümchen, das kennen wir alle selber aber was was zur Hölle hier eigentlich los ist? G 287 äh 278, Entschuldigung was zur Hölle ist hier los? wo sind Leslie? Leslie? Kuckuck Hallo Leslie hier kommt Papi was Papi Hä? SH 842 hat das was zu bedeuten? also gut Kleiner, wo führst du mich hin? sind das bestimmte Abteilungen? wo müssen wir hin? da ist er wieder da ist er wieder ja klasse, jetzt werden wir noch nass hatten wir ja noch nicht A6 441 A6 441 Sebastian Leslie wo sind wir jetzt wieder? Beacon Beacon, genau wie Joseph gesagt hat Kapitel 15 und wir werden jetzt Rubik begegnen und es wird sich hoffentlich hier alles endlich mal aufklären äh die ganzen Antworten da stand doch grad die ganzen Antworten nach denen wir gesucht haben was wir uns schon das halbe spiel lang fragen und so viele Theorien schon aufgestellt haben ich ich teilweise für mich selber teilweise habe ich sie auch ausgesprochen ähm manch eine Theorie könnte vielleicht sogar ins Schwarze treffen wir werden sehen dramatisch langsam öffnen wir die Tür die Beacon Nerven klingen ich hab's gewusst noch immer liegen die Toten hier rum die wir jetzt schon zu Beginn des Spiels gesehen haben allerdings steht jetzt hier ein bisschen Hirnsaft auf dem Tisch welch wir freudig einsacken die Leichen liegen immer noch in derselben Konstellation da wie damals haben wir diesen Ort jemals verlassen war das alles nur ein Traum ein Trugbild hat uns unser eigener Verstand einen Streich gespielt wenn ja wo haben wir dann die ganzen Waffen her wo haben wir die ganzen Gegenstände her die wir gefunden haben das kann kein Trugbild gewesen sein das kann kein Trugbild gewesen sein das kann kein Trugbild gewesen sein wo wir das Überwachungsvideo sehen haben die Bildschirme sehen aus die Überwachung wurde abgestellt oder ist es ein Stromausfall es ist dunkel nur unsere nur unsere Gaslampe leuchtet uns den Weg ein paar Medikamente wir sammeln sie ein öffne eine Tür in einen Hinterzimmer wir gehen ihn durch sehen uns kurz um und gehen dann eine Treppe runter in den Keller eine blaue Neonröhre leuchtet uns den Weg sie scheint jedenfalls blau aber das Licht ist weiß eine Tür eine Tür mehr die uns von der Wahrheit trennt wir gehen ihn durch und da ist eine Leiter die scheinbar eine Abwasseranlage führt in die Kanalisation aber führt sie wirklich in die Kanalisation das werden wir gleich herausfinden das sie vertiefen dass sie mir injiziert haben muss mein eigenes gewesen sein ich habe alles bewusst wahrgenommen jeden Schnitt jeden durchtrennten Nerv jeden Fleischlappen den sie mir von den Knochen gezogen haben bis die Dunkelheit mich übermannte Dunkelheit und Schmerz tausend weitere Empfindungen als sie mein Gruß hier soldierten meine Arbeit begutachteten eine Unendlichkeit der Intensitäten Schmerz Lust Sorgen Ekstase vermischten sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch der Schmerz das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an es ist der Ort der mir so bekannt ist ein eingefügt das hast du dir selbst zuzuschreiben das Sedativum das Sedativum das sie mir injiziert haben muss mein eigenes gewesen sein ich habe alles bewusst wahrgenommen ich habe alles bewusst wahrgenommen jeden Schnitt jeden durchtrennten Nerv jeden Fleischlappen den sie mir von den Knochen gezogen haben bis die Dunkelheit mich übermannte Dunkelheit und Schmerz tausend weitere Empfindungen als sie mein Großhirn sondierten meine Arbeit begutachteten eine Unendlichkeit der Intensitäten Schmerz Lust Zorn Ekstase vermischten sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne der Schmerz das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an es ist der Ort der mir so bekannt ist mein Gefängnis mein Heim sein Gefängnis sein Heim die Tonbandaufnahme stoppt und wir fragen uns wir sind wieder an diesem Ort wir waren hier zu Beginn schon einmal sind hier runter gekommen und in diesen Becken gelangen dort drüben ist die Kanalisation insofern insofern es derselbe Ort ist an dem wir waren aber diesmal ist es etwas anders wir finden Sachen Hirnsaft Fallenteil Leslie sehen bewusst geh ich langsam Die Spannung im Raum, man kann sie fast mit den Händen berühren. Der Raum hat sich verändert, die Leiter ist weg, die zum Hausmeisterbüro geführt hat. Was werden wir hier noch finden? Werden wir noch etwas finden? Es sind zwei Wege offen. Einer führt zu einer großen Stahltür. Der andere fährt durch die Kanalisation. Wir wählen den Weg mit der Stahltür und kommen in einen unbekannten Raum. Wo wird dieser Raum enden? Was werden wir an seinem Ende sehen? Welcher Schrecken wird uns begegnen, sobald wir die letzte Tür geöffnet haben? Nein! Ich will nach Hause! Leslie? Ich will nicht dahin! Nein! Hören Leslie schreien! Wir müssen ihm helfen! Schnell! Schnell die Treppe hoch! Eine Wendeltreppe! Sie scheint endlos! Eine Tür! Wir treten sie auf! Stürmen hinein! Niemand zu sehen! Ein Turnband! Wir spielen es ab! Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät! Ich war so nah dran! Er wusste es! Und er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte! Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen! Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen! Des Apparats, den ich hätte bauen sollen! Meine Daten! Meine Ausrüstung! Meine Theorie! Mein Geist! Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt! Mit einer neuen Dimension der Qual! Was er wohl damit meint! Vor allem, wo geht's jetzt weiter? Eine zweite Tür! Ein Aufzug! Wir hoffen, Leslie zu finden! Das ist, glaube ich, derselbe Aufzug wie der, wo wir damals entkommen sind! Allerdings liegt der ganz woanders! Allerdings liegt der ganz woanders! Ein leerer Koffer! 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 Vielen Dank.